ARD Text im Auftrag von Funk 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 Es kann übel, übel, übel Glaubst du gar nicht, dass es so gut ist, oder? Liebes Sven, ah ja, ja, da wollte er mich hier in die Walle locken, hab ich nur gesehen. Nee, aber okay. Nee, nee. Scheiße, Tobias hat es jetzt auch gesagt. Du bist vorhin über den Turm. Oh, ich bin noch so... Oh, Alter, ich... Scheiße. Weißt du, dass diese Augen wieder mal einfach nicht da sein sollen, holy shit. Das ist offensichtlicher, ey. Das ist wirklich... Leute, wo geißelt ihr denn eigentlich die Erde? Oh, das ist aber... Hä? Nein! Sehr schön. Oh, warte. Ich bin gleich aus. Oh, Zeit, Uwe. Alter, mal killiert. Was ist das nicht killieren? Wahrscheinlich sind... Oh, was ist alles so... Oh, mein Gott. Kann ich in mein eigenes reinfahren? Ja. Scheiße. Das muss man aber auch mal ausprobiert haben. Natürlich. Also man muss alles erstmal gemacht haben, dann geht es los. Mehr Action. Wir sind zu weit auseinander. Oh. Ist das jetzt wieder schnell. Okay, warte. Junge, kann man nicht zurückfahren? Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Nein. Ich fährt immer geradeaus weiter. Ah, okay. Du kannst ein bisschen langsamer fahren. Ja, aber du kannst niemals stehen bleiben. Oh, Alter, das riecht wie so auf dem Todestrip, Alter. Du kannst niemals stehen bleiben zu fahren. Du wirst irgendwann sterben. Jo. Ah, lol, das war übel close. Yo, nice, Alter. Krasse Mission. Übel krass viel geschafft. Kappa. Es geht noch gleich weiter. Ach so, es ist die erste Runde gewesen? Ja. Ja. Wie viele Runden hast du eingestellt, Tobias? 2. 2. Okay. Jo, next round. Auf jeden Fall. Jetzt mal hier ein bisschen aufwendiger. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020